Sie ahnten ja nicht, was ihnen bevorstand. Sie ahnten ja nicht, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist. Sie ahnten ja nicht, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist. Sie ahnten ja nicht, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist. Sie ahnten ja nicht, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist, was ihnen vorhanden ist. Also, Schandorf-Wenneker aus Großbritannien, 167 kmh, der Abstand hier vorne. Und er fährt nicht los. Herbert Schmetz ist im Ziel. 1, 18, 0, 1. Und Thomas Nennemeyer hat es geschafft, es braucht keine 15er Zeit mehr zu fahren, es ist eine 17, 9. Jetzt starten. Der Provence ist oben. Verdien es natürlich und nicht mal einen Rund. Der Provence ist oben. Der Provence ist oben. Der Provence ist oben. Der Provence ist oben. Der Provence ist oben und nicht mal einen Rund. Der Provence ist oben das Dramatische. Dann schauen wir mal eine Rund.